Musik So, da oben auf der Mauer, ja? Das ist ein kleines Kätzchen, seht euch mal das Kätzchen an, wie das Kätzchen Katzen kann. Eigentlich ja Füchse, ne? Wie das Kätzchen Katzen kann. Da sprachst du dann immer komplett versagt. Äh, so. Was musst du denn hier noch machen? Jetzt muss ich zur Richtung Mina. Ah ja, dann geh wir da auch mal hin. Wie. Jetzt könntest du ihn noch mal versuchen. Den, den, hä, schau. Ja. Ja, Level 30, also ja. Zumindest sieht man das Level schon. So, was soll ich machen? Aber ich glaub, der haut auch ziemlich schnell platt. Warte mal. Ha, ha, ha. Also ich glaub, wir könnten ihn vielleicht sogar schaffen. Skopa. Oh mein Drachenfalke stirbt wahrscheinlich. Ja, da, easy. Easy. Das lübt. Ja, da, easy. Das lübt. Ich darf mal kurzzeitig mein Tier heilen. Ganz alles für damals so noch, wenn ich vom Pfarrer gehst. Das lübt man. Ja, okay. Und um das Eis ohne Frau war noch der Hand hier dritten, wenn. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Wir haben jetzt alles für damals so. Oh, sehr schön. So, wir müssen dann abgeben, wie man Goblins zubereitet. Wie geht das? Ich muss jetzt doch rot, ja, abgeben erstmal. Ich meine, wie man Goblins zubereitet. Okay. So, Schredderschlüssel. Ja, die haben wir auch, weil der hapert bei uns. Vielleicht, weil wir die andere nochmal machen müssen. Aber die haben wir doch schon mal gemacht. Ja, aber vielleicht müssen wir sie nochmal machen, weil... Ach so, ja, vielleicht irgendein Synchronisationsfehler, ja. Dann machen wir die einfach nochmal. Dass das vielleicht der Grund ist, weswegen... Möglich, ja. Einfach mal versuchen. Hätten wir dafür den Großen jetzt töten müssen? Äh, Teufel Sascha. Ja. Nee. Oder? Nee. Äh, dem musst du, glaub ich, äh, diese Schweine holen. Musst du dir diese Würmer verdanken euch. Ich glaube auch. Irgendwie so war das. Und ich glaub, irgendeiner... Musstest du da nicht sogar den Kot durchsuchen? Ja, stimmt. Ja, stimmt, genau. Du musst mit den Schweinen... Die müssen was essen, die machen ein Keckerchen und dann da... Genau. Dann darfst du in der AA wühlen. Genau. Ja, aber wühlen... Also, der baut sich doch fast ein Haus da draus. Ein AA-Haus. Das könnte der bunte AA-Haus. Aber ich hab grad keine Würmer gekriegt. Wärmt schön im Winter. Äh, nee, so ein Schwein oder so, glaub ich, hast du dabei. Ja, so ein Wachhund. Ja, genau. Und das musst du... Den musst du irgendwie füttern. Entweder mit Schweine oder Würmer war das. Äh, sie meinen das. Du brauchst, glaub ich, die Schweine einfach tot. Ja, da. Ich dachte, okay, du gehst da so ziehst, streb ich darauf zu sein. Dann überlasse ich dir die und ich nehm die andere. Ja, klar. Wir weiter hinten sind, glaub ich. Ja. Wir haben das Eck vom Schleck. Der Hund hat einfach den Schlüssel gefressen, ja? Richtig. Ja. Wo? Böses Hundi. Böses Wauziwau. Ganz, ganz böses Wauziwau. 20 Uhr, ey. Also wenn die Zeit in der Nacht genauso schnell vorbeigeht, ne? Wenn das ungefähr so ist, wie wenn wir beide nachts auf WUW gezockt haben. Wie das eine Mal bis drei. Also dann wird das tatsächlich gar kein Problem. Ja, ja. Dann wird das ein Heimspiel. Das einzige, was schlafen macht, ist mein linker Arm. Weil meine Armpolster mittlerweile so durchgelegen sind, sag ich jetzt mal. Dass die nicht mehr großartig abpolstern. Ey, meinen hast du noch welche? Mein Stuhl ist so alt, der hat noch nicht mal mehr Armpolster. Oh nein. Oh. Polster. Was ist das? Ich kann abgeben. Ich brauche noch eine, aber die wird schon irgendwo auftauchen. Ich geh schon mal gucken. Luki, Luki machen und so. Ich gucke. Ja, ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Immer Luki, Luki. Luki, Luki, Duki, Duki. Hm. Das liegt an. Bleibt sauber. Näh. Benutzt die Hundepfeife. Jo, schönen Tag auf. Wenn ich jetzt. Okay. Ja, dann machen wir es einfach nochmal mit Manni im Mod. und was weiß ich und ich glaube danach müsste weil das mit der hundepfeife ist das was geht die jetzt macht glaubt wir haben tatsächlich die komplette quest 3 noch mal machen ja nein ja das ist ein größeres problem ja wahrscheinlich ja passiert ja stimmt money müssen wir retten mann hier erstmal schon mal mut und seine kollegen oder oder um ist feder habe ich da noch eine feder liegen lassen ja da hast du noch eine feder liegen lassen die bleiben aber lange liegen muss ja eh wie lange her sein ja ich habe sie gerade durch zufall entdeckt und dachte auch hier ich hänge ab und hier ist die für können hier steht für können rettung na ha 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 i'm frozen Eis, rückwürdig, Daria. Eis-Eis-Fötchen. Eis-Eis-Fötchen. Oh Gott, ey. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Öffne ich mal. Ach du ruhige Nonna. Lachen wir uns aber vier an. Äh, man hat hier noch in ihr eigen Leben. Okay. So viel dazu. Ich will raus. Ich will raus. Ich will raus aus der Mine. Es ist dunkel und es ist nass. Weißt du was? Geht aber nur mit Wegzoll. Laterne des Schiedenkerns. Bald sehen wir die Welt von oben. Stimmt, ein Level noch. Mhm. Dann geht's ab. Hubschraubereinsatz! Hup, Hup, Hubschraubereinsatz. Hup, Hup, Hubschraubereinsatz. Hup, Hubschraubereinsatz. Hup, Hubschraubereinsatz. Das hab ich dir gekriegt? Ich will diesen Drachen haben. Mh, Mh. Den hier? Mh, Mh. Ja der ist gut, weil man ihn mal mitnehmen kann. Mh. Den gibt's auch in anderen Farben an. Sagen wir, ein bisserl einfacher anzubekommen. ich möchte den haben so jetzt haben wir schredder schlüssel ja jetzt können wir die andere machen also lag es tatsächlich doch daran haben wir jetzt nicht müssen wir nicht erst so wie so und die hundi 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 die hundepfeife haben wir im inventar ach da jetzt was hast du denn da für ein häuschen gemacht lecker lecker häuschen ich will so gerne kacka wenn ich bin richtige kackabühlerin haben ein füchsen geflogen die leute wissen auch so eine richtige schöne nuss nougat praline gar nicht mehr zu schätzen mit stückchen lecker brückchen wir müssen aber noch richtig schön knacken oh ja ich liebe es wenn es zwischen den zähnen knirscht echt ist das so ja wie bei sandkuchen ja klar deiner geht rein aber meiner nicht oder was du kannst aber die häufig von meinem auch einsammeln aber denkst du an den plastikbeutelchen stört das keinen mit dem plastikbeutel juhu ich hab ihn sehr gut sehr gut ich hab's ich hab's was liegt dann du dort urganz die urganz urganz Tuf, der nimmt alles mit? Ja, ja, ich nehme das alles mit hier. Ist der Ohrgatz schon mit dabei, hallo? Ne, ich glaube nicht. Ne, dann können wir noch weiter gehen. Den erkennt man ja recht gut, der sieht ein bisschen metallischer aus als die anderen. Der hat glaube ich auch so eine Metallfresse. Ah ja, hier ist er. Oh Gott, ich sollte meinen... Tier heilen. Ich mach das Knurren lieber aus, das muss ich meine Tiere ständig heilen. Ja, schneller auf jeden Fall. Ne, aber beim letzten Mal musst du es gar nicht heilen. Also... Äh, bei dem Teufelsherrscher meinst du? Äh, ne allgemein. Aber bei dem Teufelsherrscher, den hab ich mir immer wieder abgespottet. Den hab ich dann auch irgendwann... Ich hab dann irgendwann das Knurren ausgemacht. Dann hab ich's wieder angemacht. Dann hab ich's wieder ausgemacht. Und ich bin der Huwe, ich bin auch dabei. Zeit ist Geld. Äh, der ist der... ... und Falkenwacht. Und Falkenwacht ist das einzige, was fehlt. Äh, diesen Wein. Ja, genau. Das mit dem Wein ist das einzige, was fehlt. Und dadurch kriegen wir wahrscheinlich auch Falkenwacht. Ja, ja. Denk ich auch. Äh, den Wein kriegen wir drüben in Zangermarschen. Dann... Ja. Kann ich sagen, fliegen wir mal rüber. Flugpunkt hast du, glaub ich, noch nicht, ne? Nicht in der Zangermarschen, ne. Ja, okay, dann ist mal so. Ich hab alle Flugpunkte. Ja. Ich hab alles. Ja. Ich mich. Ich bin einsam und allein auf dieser Welt. Ja, da ist nur die Frage, wer hat hier denn Wein? Ja. Ich bin ein Geistertropfen, da ist er doch. Und wo bist du? In Zangermarschen. In Zangermarschen. Ach ja, da vorne. Stimmt. Aber so ganz knapp am Rand. Oh, wir sehen beide nicht was anderes. Der Typ verkauft noch viel zu Platztaschen. Also viel zu Platz. Na. 13,5 Stunden. Aber teuer. Ja, ist halt Gold, ne. Aber teuer. 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 Oia. 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 Ich mach Feuer. Konnichiwa. Ja. Ja. Genau. Der andere ist Bruder flinke Tatze. Bruder flinke Tatze. ich habe schlimmer hausfall als unsere tiere ich bin in der mause oder ich werde alt oder zu wenig vitamine oder allgemein stress nein halt stopp vitamine ja aber ein echter seefahrer die gehen doch so gut ab oder nicht was ist ein echter pirat ohne skorbuli gesunder pirat nie nämlich ein landratten geschwätz äh das säuberungsretar ist auch gestoppt ich glaube wenn wir hier wegweil aus unserer gruppe entfernen sollte eigentlich alles wieder von der synchronisation eigentlich wieder passen glaube ich auch kann sein ich breche einfach das was bei mir stoppt das irgendwie ab wenn ich kann wie sehen die außerdem die vitamine nix ich auch nicht ich auch nicht wie sehen die eigentlich aus diese vitamine ja ja gute frage ich bin noch nie einer begegnet einem vitamin ja so blau bitte kriegst du es nicht extra ich kann ja auch nicht abbrechen was immer diese zwei welten das ist bei mir pausiert ich hab das gar nicht vielleicht ist deswegen pausiert nur was einer nicht hat woher die schon an die den ganzen club hier wir werden überleben ich schnudel die licht nicht vergesse ich bin die oder bei fralmer oder falkendings äh warte 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 ich bin nicht so schnell im klicken es gibt ja ein gasthaus eigentlich nur glaube ich und dann direkt beim gast wird es selber äh wie jetzt was ne in dings in höllenfeuer gibt es doch zwei gasthäuser also ja wegen dem wein ja das sagen wir sammeln gerade erstmal die quest ein die frau hat richtig viele probleme hier auf dem bakon seid vorsichtig nur am beschweren eine quest nach der anderen bäh mir ist kalt bäh es regnet ich hab keinen stuhl hier draußen wahnsinn kann ich mir hilflich sein der gast wird ähm ja szenarische geistertropfen ganz hinten das letzte item das hab ich dann schon ich hab mir gerade geholt schnumdallier Hallo. und ich habe kampf gefunden und er steht neben mir hier rund ein bisschen untot das ist das wichtige erleuchte euren weg du musst die rolle benutzen steht in der quest ja die müssen wir in der falkenwacht wir haben jetzt nur den wein zur ablenkung geholt sind auch ganz zahme und genügsame tier passt ja zu mir manche können zwar kettenblitze verschießen aber sonst sind sie echt fein ich habe schon eine kettenblitze als massage elektrobehandlung schon grund warum das auf englisch electrocute heißt ziemlich cute ist da ach so warte mal gab es hier nicht einen flugtypi wollen wir uns den flugpunkt hier oben noch holen bevor wir wieder fahren ja können wir machen dann können wir nämlich zurückfliegen aber da gibt es nochmal eine tonne quest bei den posten oh nein oh Gott das hat Tentakel oh Tentakelmonster oh nein noch mehr quests mögen die geister mit euch sein oh Gott einer zweite dritte oh Gott davon sehe ich noch welche äh ja grüße man grüße Frau die müssen wir denn aber alle noch vorlesen ne scheiße das fällt mir gerade ein ja stimmt ja okay einfach das wieder rauslöschen ja warum gleich ja 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 das ist wie es ja hier der flugmaster ja ich habe ihn äh da können wir jetzt nach Falkenwacht grüße oh balkenwacht ja du darfst ihm ja gleich entgegen kommen weil ich fliege gerade wieder zurück Hey, da sind sie. Da ist der Pommes, Rudi. Aber immer schön winke winke machen, wie so ein Busfahrer, ne? Ein Hoch auf unser Busfahrer, 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 ein Hoch auf unser Busfahrer. Der Busfahrer lebe hoch. Hoch. Hoch, so ein Leben, Loin, 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 Loin. Hoch, so ein Leben wirklich hoch. Ich würde auch nur das Zange marschen. Da sind noch ein paar schöne Indie dabei. Ich hoffe, wir eine davon heute noch sehen werden. Wer weiß. Das haben wir doch schon mal gemacht hier mit den Blutproben. Ach, das wird die, glaube ich, sein mit dieser Reinigung. Die Quest hier. Das wird so wie mit den Schweinen dahinten sein. Dann müssen wir das noch machen. Aber erstmal das Weinchen. Wo ist denn die Ische? Da. Hier hinten. Den Wein tu rein. Die ewige Sonne wird uns leiten. Selama Aschalenore. Wie sich das gehört so, ne? Erstmal in die Weinecke. Schön in den Reihenorgeln. Oh, meine Vorspreise kommt. Oh, ist heiß. Ja. Oh, geil. Mhm. 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 Göttlich. Mhm. Mhm. Göttlich. Mhm. Mhm. Kann man sich auf den Zahn legen. Okay, das wird auf jeden Fall anders. Oh ja, das, das sieht sehr gut aus. Nö, nö, alles gut. Ja, das ist auch an. Von dem krieg ich so ein Sohn. Deswegen ja. Okay. Wenn's sein muss. Für Glück vergesse ich. Ja. Komm, ich probier' mal. Geil. Ja. Die besten Käse und Löffel bisher. Mhm. Echt? Du bist mein Geliebter. Hä? Mhm. Okay. Foodporn. Mhm. Das ist es. Sio! Alles klar. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir gut, Sio. Da kommen sie alle wieder. Komm mal los, ihr löchelt. Sag's ja. Ja, ich find's supergeil. Supergeil. Richtig gut, oh. Jo, bin gleich soweit. Ja, keine Hektik, keine Hektik. Der Tag der abbrechenden... Stimme dreißig. Das ist es. Das ist es. Oh, yeah. Oh, Talentpunkte. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, wenn ihr drei Sekunden lange nicht angreift. Pro 30 verbrauchte Fokus wird die verbleibende Abklingzeit von Freudentau mal um eine Sekunde verringert. Camouflage. Jan, wer der Begleiter verschmelzt mit eurer Umgebung und geht eine Minute lang in ein Verstuhlnen. Wie ein Camouflage aktiv ist, regeneriert ihr alle eine Sekunde, zwei Sekunden, äh, zwei Prozent der maximalen Gesundheit. Ja, Uwe, soll ich wissen, was ich jetzt nehmen will? Das eine macht dich schneller, solange du nicht campst. Das zweite kannst du dich öfter mit Freudentommeln eilen, glaube ich. Und das dritte macht dich unsichtbar. Alle paar Minuten kannst du dich so leicht unsichtbar machen. Okay, das dritte will ich nicht. Für eins und zwei. Ich würde dir eins empfehlen. Das ist overall schon ziemlich nice, da einfach 30 Prozent schneller laufen. Okay. Fliegen! Ja. So, wir müssen jetzt erstmal noch zu den Teichen. Oder willst du erstmal fliegen lernen? Ich will erstmal fliegen lernen. Geht schneller. Mal da am besten nach Tralma. Geht fixi fixi. Aber ich kann doch nicht fliegen. Ich brauche hier noch so ein Bubbele. Voll gemein, Mann. Einmal nach drei Mal. Kurze Schrecksekunde. Kurze Schrecksekunde. Oh. Der Dufte geht jetzt erstmal aufs Töpfchen, denn er ist schon ein großer Junge. Nja. 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 Es geht weiter. Nja. Nja. bisher ist noch so ein Traum weich. Es ist noch eine Treppe. nicht so gefällt doch erfahren das halten ja sogar sehr gut müssen dann später einmal noch nach oben mit der eulen reden hier mit dem pornografischen tschüss ja ich kann mich in die lüfter heben ich kann mich in die lüfter heben i believe i can fly oh da fliegt ja jemand ja ganz elegant die mission jetzt noch abgeben und dann werde ich mich erst mal verabschieden weil ich bin noch verabredet mit jemandem das waren jetzt dann fast 16 stunden wieder wieder mehr als ich gedacht hätte ja aber cool wie viel fehlt dir denn noch anders halbbiken aber ok selbstverständlich ist nicht viel klopper gegner ja oh gott ich habe hier noch viele quests nee das ist glaube ich durch die synchron nochmal alles wieder da ja kann sein kann man das nicht nochmal neu synchronisieren ja müssten wir glaube ich das ist das glaube ich ja ich werde das mal ja ich werde das mal das ist mal ähm titans wieder da ah na ok ich verstehe dadurch hat sich das nochmal neu synchronisiert ja ich habe jetzt ein monat lang meine abonnummer man kann bestimmt zwischen sich machen ja ich habe sowieso noch einen monat also ich werde bestimmt das ein oder andere mal noch spielen ja ja bei indies ja werde ich dann auf jeden fall wieder mein griechischer spielen durfte es dann als äh voice mitglied dabei das erklärt alles genau gott klärt dann alles ich mach dann den kommentar doch genau Oh ja, du liest dann vor. Mal schauen, wie lange ich weg bin, vielleicht komme ich wieder nochmal dazu, da werde ich zwar übel unterlevelt sein, da werde ich wahrscheinlich dann einfach mit meinem Main dazukommen, wenn es okay ist. Ist ja egal, synchronisiert es ja sowieso. Und dann schauen wir mal. Okay. Aber ich kann es ja noch nicht versprechen. Alles gut. Guti. Auf jeden Fall, ein bisschen witzig. Das war's. Oh Gott, Gott, ey. Aber so unterlevelt gibt es eigentlich gar nicht. Also bis 50 ist ja alles zusammen synchronisiert. Und da Shadowlands sowieso ziemlich weit hinten auf dem Plan von Altaria steht, ist ja level 50. Wurde keine Hürde. Ganz, ganz hinten. Da musst du noch ein paar 24 einlösen. Ja, ich glaube auch. Das wird noch eine Weile dauern. Dann wünsche ich soweit schon mal noch viel Spaß und vielleicht bis später. Jo. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich mit Dufte alleine. Jetzt muss man aufpassen, ne? Jetzt geht's los. Ob ich meine Vorspeise gleich schon aufgegessen habe? Ich glaube, bis dann habe ich auch das Fliegel. WB-Niklas, ähm, ja. Nach 14 Stunden geht's mir tatsächlich noch gut. Noch. Aber es ist auch erst 20.30. Und denk mal, bis 1 Uhr wird's noch klappen. Danach könnte es schwierig werden. Was klappt denn bis 1 Uhr noch? Und dass ich nicht kurz vorm Einschlafen bin. So, ja, dann sing mir was Schönes. Lallelu, nur der Mann im Mond schaut so, wie die Kleinen durfte schlafen. Das sind bloß noch 10 Stunden. Ja. 10 Stunden noch. Aber 10 Stunden sind halt noch ein Stück. Duna! Bibi! Gau, dufte! Gau, dufte! Zieh ja schon durch, Auge! 10 Stunden. Können nicht mehr viele sein. Da ist es! Da ist es! Ja! Was ist es geworden? Männchen oder ein Junge? Ähm, ein Männchen oder ein Junge. Männchen oder ein Junge, ja? Ein Mädchen oder ein Junge. Ein Männchen oder ein Junge, ja. Ja, ja, gut, ne? Gut, ne? Ähm. Ich werde mich mit euch dann in den Tanger Marschen anfangen, wenn ihr da fertig seid. Alles gut. Kannst du gern machen. Ja. Das würde gut passen. Pascht. Ähm. Hier hinten. Da kommt mir schon. Weil sie dich verloren fühlt. So, ich stelle meine Katze hier mal zu den Hunden. Oh, das, äh, das können für Probleme sorgen. Ja, das kann ich auch endlich mit dir blieze. Und schwupp. Ja, man. Kann doch nur von dir kommen, ja, ich weiß. Das ist jetzt richtig awesome. Ich weiß, das kann nur von mir kommen. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Wie ein Astro. Und grau. Ja, super. Nichts, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe schon wieder Schaden gekriegt. Mach den Boss kaputt. Oh, glatt. 3.000 Jonas. Schaden. Also, habe hier, habe ich noch. Ich finde das irgendwie cool. Ich glaube, das lässt sich immer drin. Ist ein cooles Feature auf jeden Fall. Mhm. Wenn ein Boss, der bekämpft werden muss. Haha. Das ist tatsächlich ganz cool. Was, nur eine Probe? Das ist das. Das fühle ich mich jetzt schon betrogen. Das ist ja auch nur so wenige, ne? Ja. Was soll denn das? Also, die könnten hier in den Tümpeln echt mehr von diesen Freizeitpark-Mitarbeitern einstellen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ja, Twitch ist dann manchmal ein bisschen seltsam. Dann hatte ich aber neulich auch. Oder was heißt neulich? War vor einem Monat. Yay! Drei Toffelsblutdinger. Geh hin. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Heiß, kalt. Jetzt noch mal ein Kaffee, Kaffee, Kaffee. Was? Wo nicht geht das? No. Ja, Twitch ist seltsam. Twitch hat manchmal seine Tage, glaube ich. Das ist genau so, wie wenn meine Subs nicht durchgehen. Also, wenn ich irgendwo meinen Subs da lasse. Das geht dann meistens. Oder ab und zu auch nicht. Meistens wäre gelogen. Nee, das ist bei mir immer. Achso. Okay. Ja, okay. Ja, Twitch halt. Ich glaube, Twitch ist froh, dass es nur die kurze Version ist. Nee, ich glaube, der weint nur, weil es so, so wenig ist. Meinst du? Meinst du, ich soll tauschen? Ja. Ja, sicher. Ja, mache ich gleich mal in der Pause. Seine Ohren bluten nur, weil er die nicht richtig putzt. Ach, ja, wenn es das nur ist. Es fehlt doch nur noch dieses eine Ding. Ja, ich brauche noch drei, glaube ich. Ich nur noch eins. Ich will mich schon wieder betrunken. Und weh, weh, mal Küsschen. Ich will mich schon wieder betrunken. Wir wollen gar keine los. Ja, morgen werde ich schlafen. Ganz, ganz, ganz gewaltig schlafen. Oh, ich hab's. So, ich, ich, ich begebe mich einmal kurz in die Luft. Aha. Dann kann ich nämlich in Ruhe aufs Klo gehen. Äh, ja, ich habe schon drauf geantwortet. Da würde ich lieber für die Streamers locken. Oh. Ja, das ist angenehmer. Zumindest angenehmer als arbeiten. Je nachdem, was man für einen Job hat, natürlich. Gibt es doch, äh, gute Jobs. Ich, erst mal zu blöd, meine Schuhe anzuziehen. Weißt du, am besten, ich gehe demnächst eine halbe Stunde eher zum Klo, damit ich auch pünktlich da bin, wenn ich muss. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020